Und ihr werdet ja vielleicht auch solche drei Säcke haben, diese wasserdichten Backsäcke, wenn man die zusammenholt vom Verschluss her, dann sind die natürlich vollkommen aufgebläht. Wenn ihr aber nun hergeht und fängt von unten an, macht den Sack dicht, lasst oben offen und wickelt eigentlich verkehrt her, somit habt ihr die Luft heraus und könnt dann gemütlich den Sack aufwickeln und die Luft ist draußen.